Jetzt machen wir den Hellboy an. Ach nee, gar nicht wahr? Doch, da ist der Hellboy. 2019er Charge. Oh, der hat gar keinen Standfuß unten, ne? Doch, hier ist doch die hauptsache. Aber Standfuß, ne? Wenn sie geht die so an, machen wir einfach, ne? Ja. Ja, will er nicht, ne? Haben die Hut-Sicherung reingebaut, ne? Ja, der zieht er den da. Hier mit der Pappe mal rausmachen hier. Ah, die sind gut gebaut. Die sind gut gebaut. Guck mal, der da hinten hat auch wieder was angemacht, ne? Ja. Drei war noch mal. Ah, da war noch Schön, die stehen, ne? Drei war noch so schön. Drei war noch mal gut, ne? Drei war noch mal gut, ne? Drei war noch nie wieder. Wie war noch das? Vielen Dank.